Hallo und herzlich willkommen. Ein wichtiges Thema heute, die Schwingung der Erde erhöht sich. Surprise, surprise. Und nachdem sich die Schwingung erhöht, wirst du spüren, dass du vielleicht müde bist, dass es anstrengend ist. Alle Zeichen stehen auf Schwingungserhöhung. So, jetzt mal Klartext gesprochen. Was bedeutet Schwingungserhöhung eigentlich wirklich? Denn so viel wie wir uns schon Schwingungserhöhung in den letzten Jahren müssten wir eigentlich schon alle wie die Königin der Nacht klingen. Also irgendwo mit hohem, was ist das? C? Ich weiß es nicht. Ton. Kann man nachgoogeln, einfach nachschauen. Aber Königin der Nacht, Mozart, wer es nicht kennt, Arie, der Königin der Nacht, unbedingt anhören. Cool. Und ungefähr so hoch sollten wir dann schon schwingen und klingen mit diesen ganzen Schwingungserhöhungen. Jeder sagt wieder, die nächste Erhöhung steht an und es wird wieder galaktisch und jeder muss jetzt mal in die Liebe kommen und wir müssen uns alle öffnen und dann ist alles einfach wunderbar. Das Paradies auf Erden ist dann da. Hurra, hurra. Was ja in der Theorie ganz nett klingt und auch ganz praktisch klingt. Denn wenn wir uns permanent erhöhen mit unserer Schwingung, dann bedeutet das ja einfach, dass wir alle immer leichter werden, immer klarer werden und immer bewusster werden. Aber ist das denn so? Und ist das auch kollektiv so? Oder ist das nur eine Handvoll Eingeweihter, die diese Schwingungserhöhung besonders spüren? Und nachdem ich ja jetzt schon länger als mir lieb ist, also über 27 Jahre mit Energie arbeite, mit der Lebensenergie mich beschäftige, muss ich sagen, natürlich ändern sich die Themen, natürlich ändern sich die Zeiten. Kann man das als Schwingungserhöhung deuten? Ja, man kann eine Qualität, eine Zeitqualität spüren, die sich ändert. Aber das ist keine Erhöhung, die von selber geht, wo einfach was freigeschaltet wird, plötzlich bei dir in der Matrix, wenn du dein Herz irgendwie öffnest. Das ist doch absoluter Quatsch. Es ändert sich die Zeit, Informationen werden schneller zugänglich, natürlich über Internet, über moderne Kommunikation. Wir brauchen da überhaupt nicht drüber reden. Das ist Luftzeitalter, das ist Information, da geht es schneller. Aber eine erhöhte Schwingung im Sinne von eine Dimension nach der anderen tut sich auf und die wahren Gerechten und Lichten werden dann in der höheren Dimension schwingen und die anderen sind dann in einer niedrigeren Dimension. Das heißt im Prinzip nur im Klartext gesprochen, naja, wenn du schwere Themen hast, wenn du Ängste hast, wenn du Unsicherheiten hast, wenn du sehr materialistisch eingestellt bist, natürlich hast du dann andere Sorgen als jemand, der unbedingt zur Erleuchtung kommen möchte. Aber es ist jetzt in dem Sinne nicht die große Schwingungserhöhung kosmisch, der kosmische Plan erfüllt sich jetzt und was da alles dahin schwadroniert wird von Pseudo-Erleuchteten und Propheten. Ich würde da gar nicht einsteigen. Ich würde einfach in mich reinfühlen, an deiner Stelle und würde mich fragen, okay, was ändert sich jetzt bei mir? Natürlich wirst du merken, manche Kontakte vielleicht gehen schneller auseinander, manches gehört schneller ausgesprochen, es ist schneller mal ein Missverständnis da, das sich auch wieder schnell löst, es ist schneller mal ein Thema da, das dann wieder weg ist. Wir sind halt in einer sehr hoch schwingenden Zeit, in einer anders schwingenden Zeit, aber nicht, weil das immer der Weg nach oben, nach oben, nach oben ist, weil es gibt genauso viel Exzentrik, es gibt genauso viel Krieg und es gibt genauso viel Wahnsinn, wenn nicht noch mehr Wahnsinn, aber Wahnsinn in eine andere Richtung rein, wie es schon immer gegeben hat. Also das ist jetzt nicht so zu sehen, dass da irgendwo ein galaktisches Konzil zusammenkommt oder die Meister zusammengekommen sind, das heißt, jetzt kommt dann der Schritt in die Freiheit und in die Wahrheit, sondern es geht darum, bestreite dein Leben, komm mit diesen neuen, schnell ändernden Frequenzen klar, finde deine Strategie darin, aber glaub nicht an eine generelle Schwingungserhöhung, die sich da permanent tut und die dann für alles verantwortlich sein soll, wenn dir mal etwas hochkommt. Und natürlich ändert sich deine Qualität, du wirst älter, das ist jetzt hart ausgedrückt, aber alleine durchs Altern und alleine durch deine Erfahrungen ändern sich natürlich auch deine Ereignishorizonte. Also wenn du nicht komplett eingekasselt bist in deinem Hamsterrad und immer nur dasselbe erlebst, dann solltest du natürlich auch andere Dinge erleben und Dinge auch anders lösen können, weil du ja hoffentlich nicht nur greiser wirst, sondern auch weiser wirst am Weg dorthin. Und das ist dann auch nicht unbedingt die Schwingungserhöhung, sondern das ist dann einfach eine Lebenserfahrung und eine gewisse Weisheit, die sich da hoffentlich dann mal entwickelt bei dir und bei jedem anderen auch. Ja, also ist jetzt Schwingungserhöhung wichtig? Muss man auf jedes energetisches Fitzelchen achten? Nein. Eine ehrliche, vielleicht etwas zu ehrliche Ansage ist, nichts ist so gut fürs Geschäft, vom energetischen Standpunkt aus gesehen, als ein Weltuntergangsdatum. Besser ist das Geschäft noch nie gegangen. Wie 2012 der Maya-Kalender endet, naja, es gibt ja nicht mal mehr Mayas, warum soll der Kalender so weit weiterrennen? Bei uns gibt es sicher auch kein Kalendarium. Wenn unsere Zivilisation mal aus ist, wird der Kalender auch irgendwann mal aus sein. Logisch, warum sollte man so lange einen Kalender drucken? Na und das ist ja der Weltuntergang. Und in solchen Zeiten, oder der Sprung in die nächste Dimension, und wenn so etwas propagandiert wird, dann haben natürlich alle, die von diesen Bewusstseinssprüngen da reden und irgendwas dahin fabulieren, natürlich die höchste Geschäftszeit aller Zeiten. Und ich muss auch gestehen, dass 2012 für mich eines der besten, umsatzstärksten Jahre war, weil viele Leute einfach nochmal, ich muss jetzt bewusst werden, bevor dieser große Aufschwung kommt. Naja, was ist denn gekommen? Es kam ein bisschen versetzt natürlich auch diese ganzen Auswirkungen in der Wirtschaftskrise 2008 zu uns. Aber letzten Endes läuft ja das Leben weiter. Auf der individuellen Ebene gibt es natürlich viele Änderungen, aber ist das deshalb alles kosmisch auszulegen? Ich denke nicht. Darum einfach aufpassen, wenn du irgendwas hörst, dass sich irgendwas verschiebt und irgendwo kosmisch etwas passiert. Natürlich ändert sich alles ständig, permanent. Wir sind in einer sehr schnellen, sehr fragilen Zeit, die ganz, ganz schnell sich umstellt, auch von den Schwingungen her. Aber das bedeutet nicht, dass da jetzt auf einmal das große Hosianna kommt oder der große Untergang kommt, sondern das heißt ganz einfach, achte darauf, in dieser schnelllebigen Zeit natürlich klar bei dir zu bleiben. Lenk dich nicht zu sehr mit Handyscheiß und so Zeugs ab. Und ja, und schau, dass du möglichst klar bist. Und klar heißt für mich einfach, ich werde es dann auch nochmal sagen, auch in Astro-Videos immer wieder, finde für dich deinen Sinn, finde für dich deine Sinnhaftigkeit und dann geht es einfach leichter, klarer, besser voran. Denn sonst wird dir ein Sinn raufgepfropft und dann geht es dir garantiert nicht gut. Ja, das wäre es für heute mal. Also keine Angst, die Schwingungserhöhung ist schon passiert, während du dieses Video gesehen hast. Schau mal beim Fenster aus, ob sich die Welt weiterdreht. Wenn alles noch in Ordnung ist, dann gratuliere, bist du jetzt im Elysium. Halleluja, weil du das Video zu Ende geschaut hast. Und die nächste Schwingungserhöhung kommt bestimmt, denn nächsten Freitag gibt es wieder ein Video. Aber nicht zur Schwingungserhöhung, versprochen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wenn dir das Video gefällt, lass mir einen Daumen hoch da, teil das Video, abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich dich persönlich kennenlernen kann bei einer Sitzung oder bei einem Kurs bei mir in Linz. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal live. Danke, alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erini. Tschüss.